Herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes Sabel und ich leite das Katholische Bildungswerk in Bonn. Mein Name ist Martin Engels und ich leite das Evangelische Forum in Bonn. Zusammen starten wir die Initiative Gemeinsam in Bonn im Geist der Liebe und der Besonnenheit. Was tun Menschen für Menschen jetzt in der Corona-Pandemie in Bonn füreinander? Was tun die Dienste? Was passiert in den Gemeinden? Was in den Stadtvierteln? Welche guten Ideen, welche guten Projekte entwickeln sich im Moment, von denen es wert ist, dass viele davon erfahren? Das werden Sie auf der Internetseite gemeinsam in bonn.de finden können. Aktuell in Videostreams, in Podcasts und in Textform. Machen Sie mit. Schicken Sie uns Ihre Projekte, von denen Sie meinen, dass Sie hier hingehören, die wir zeigen sollen. Die zeigen, wie wir gerade unseren Alltag in diesen Zeiten meistern. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Dieses Projekt wird sich entwickeln. Denn eins ist sicher, wir sind nur gemeinsam in Bonn. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.